Meine Mutter hat mal so eine Ärztesendung gesehen über Spätschäden bei Kindern, die zu viel fernsehen. Sie lebte in der ständigen Sorge, sie könnte irgendwann meinen Arm, schwachen Körper völlig verschrumpelt vorfinden. Ich finde es nicht gut, wenn du so viel fern siehst. Nach einer Woche ist ihr Bauch weg. Und hier sind sie endlich, die neuen Würstchen von Pennells. Nein! 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 Neu im Kabel. Gute Unterhaltung, Deutschland.